Von außen kommt wieder etwas, wie man das immer so hat bei solchen Situationen, das alles stürzt sich drauf und am Ende des Tages muss man erstmal die Beweislage abwarten. Also ich bitte euch wirklich, das ganze Thema mal ein bisschen runterzufahren, weil das, was da jetzt gerade wieder passiert ist, typisch für Medienlandschaften, da ist wieder irgendwas, was vielleicht sensationell ist und man hat noch gar keine Beweislage. Und für mich zählt die Unschuldsvermutung. In der Kabine war es gestern natürlich Thema, klar als Backer kam, aber heute schon wieder viel, viel weniger. Und so sollte, denke ich, auch die Öffentlichkeit damit umgehen und erstmal abwarten, was überhaupt jetzt Sache ist, denn im Moment sehe ich da noch gar nichts auf uns zukommen. Für mich ist das nicht das Thema, für mich ist das Thema Chemnitzer FC. Und nochmal, ich bitte euch, wir sind alle immer so hektisch unterwegs, jetzt nicht nur in diesem Fall, auch in anderen Fällen, was man immer wieder liest, wenn irgendwo was aufploppt, alles stürzt sich drauf, habe ich was verpasst, muss ich nachrecherchieren. Ja, und das ist unser generelles Problem in der heutigen Medienlandschaft, in unserer heutigen Gesellschaft, dass man irgendwo meint, Sensationen hinterhercheln zu müssen. Es gibt so viele Leute, die über die Grenze gekommen sind, wo man auch sicherlich nachfragen und nochmal nachfragen könnte, ob alles richtig gelaufen ist. Ja, okay. Jetzt ist was, jetzt wird ein bisschen ermittelt, jetzt werden wir sehen, was bei rauskommt. Aber ich weiß nicht, was bei rauskommt, ihr wisst es nicht, was bei rauskommt. Jetzt können wir noch 10 Tage, 14 Tage, 4 Wochen drüber schreiben. Es ändert nichts, es müssen Fakten geschafft werden. Backer ist da relativ entspannt mit umgegangen und aus meiner Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, ihn hierzulassen. Also, ich weiß nicht, was bei rauskommt, ich weiß nicht, was bei rauskommt, ich weiß nicht, was bei rauskommt.